So, jetzt wollen wir mal gucken, ob du die Kunden auch rasieren kannst. Und für den Test machen wir das Schwierigste, was es überhaupt gibt. Ballons. Wenn die heil bleiben, dann kannst du es. Bitte, Junge. Schön vorsichtig. Schön vorsichtig. Ja. Gut. 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 Da war wohl doch ein Problem. Ne, da machen wir noch einen. Komm, Junge. Ja, ist okay. Schön vorsichtig. Noch vorsichtig. Schön. Nie über den Mund. Schön vorsichtig. Gut. Gut. Ja, man kann nicht vorsichtig genug sein. So ist es, Junge. Ja, bin gleich wieder da. Guten Tag. Guten Tag. Sie wünschen? Können Sie mich rasieren? Bitte nehmen Sie noch Platz. Dankeschön. Sind Sie neu hier? Ich bin hier seit einer Woche in der Ausbildung. Ich darf nur einen seifen. Der Chef wird Sie rasieren. So, guten Tag. So, Junge. So, Junge, jetzt werde ich dir das nochmal zeigen. Ich guckst dir genau an, immer dran denken. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Jetzt stehst du hier rum. Guck mal, den Laden an. Die Fegen. Ich guckee Sie hin. Dann scCOMPLE. ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020